Dann sollte das alles noch reinpassen in unsere Übertragung. Aber zuerst widmen wir uns dem Podest. Die besten drei laufen in den Zielraum und mit dabei bei diesen besten drei ist auch ein Schweizer ein weiteres Mal. In der letzten Saison nur ein Abfahrtspodest ohne Schweizer Beteiligung. Heute steht Urs Krienbühl zum zweiten Mal in seiner Karriere auf dem Abfahrtspodest und in der Mitte strahlt ein weiterer Premierenzieger hier in, weil dieser Otmar Striedinger gewinnt. Mit großer Wahrscheinlichkeit, aber wir wollen natürlich nichts verschreien. Wir haben auch schon die gute Schweizer Bilanz verschreien, bevor dann dieser Österreicher nach vorne reingefahren ist. Er würde gewinnen vor Krienbühl und Kilde. Wir hören per fort. Er ist momentan. Er ist nur die Zeit, die in die Zeit verbreitend ist. Er braucht nur die Zeit. Er hat nicht nur die Zeit. Er hat nicht schlecht in den ganzen Tag. Er hat nicht schlecht in die Zeit. Er hat 22, 23, in der vierte und der fünf. Er hat die Zeit, die der 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 größte. Er hat die Zeit, die der größte. Er hat die Zeit, während der vierte, um die Zeit. Er hat sich auf die Zeit, er hat Martina Schatter, die in der Fall einbeugnis war. Er hat auch noch einmal mit an den Zeit, dass es für die Zeit ist, weil er sich in der Fall noch ein paar Gefühle hat in der Fall ist. Martin Schatter, der Zeit ist, bis sie wieder so schnell wieder zu sein. Chater um 25% freundlich. Mal die Chater, Trvica, Noz, Vagina proti. Das ist nevredno. Zadnermetri in Chater je prvi. Prvumest du nach Chater. Das ist das, wie die Dekma. Ludo in nepozapno. Skoraj dve uli schozi Chater in Chater. In Chater je 41. In Chater je pravzel vodstvo. Adejo, Stredinger. Adejo, Cream Girl. Martin Chater je najhitrejši v Vagni Zeru. Bravo, Noro, Krasno. Smuk, ki je pošal v Anale. Kakšna vožnja našega Martina Chatera. Včeraj, brez točku Super Veleslavomu. Ne najboljša tekma. Tudi tudi tvoje pesmi o tem, kaj lahko narediš 24h. Kakšna razlika.